OOOOOOOHHHHH Geil! Einmal mal schön die Ehe rennen, Digga! Ist das schön, Alter! Ist das schön, Jürgen! Einfach den Gegner so demütig, nachdem er dich so provoziert hat. Oh, Jürgen, ich hab meine Eier am Rasten so gezittert, Alter! Oh mein Gott! Oh, le Papa! Oh, nochmal hier! Oh, zack! Oh, eine Treckflagge! Oh mein Gott! Oh, 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 oh! Vamos! Clip! Clip! FIFA Deutschland, wir sind wieder dabei! Die Gerätsche war so ein Traum, ne? Oh, was eine Hammergerätsche, du Vieira! Ich will ein Kind von dir! Digga, ich klär den Ball zweimal, dreimal! Ich krieg den Ball nicht, die bewegen... Leute, ich schwöre auf meine Mutter! Die bewegen sich nicht! Egal was ich mache, die bewegen sich nicht! Wieder Ball geklärt, wieder Ball geklärt! Bitte Clip das, bitte, 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 Clip das, bitte! Bitte, 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 Digga! Viermal in mein... Oh! Fuck worst day! Frankreich! Okay, komm, gönn was! Frankreich! Stamm! Stamm! MAP! 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 Oh mein Gott, was hab ich gesagt! Was hab ich gesagt! Ja! Was hab ich gesagt! Was hab ich gesagt! Ich hab's doch gesagt! Das Haus zu groß ist, um lieber nur... Alter, ist doch wohl... Kannst du dir vorstellen, oder? Ich sehe Pio wieder, also... Doppelbett! Ich bin raus! Doppelbett! 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 Wäre das ganz normales Game gewesen, und ich hätte dann am Ende irgendwie noch 2-1 verloren... Oh, jetzt riegt der Rot, oder was? Wat? Hallo? Digga, das klippt einer! Digga, das klippt einer! Das klipp ich! Hahaha! Ja! Wahrscheinlich! Rote Player Picks, let's go! Warum? Warum meinst du also negativ eigentlich... Nein, mein Rot! Nein! 98! Hahaha! Oh mein Gott! Wow! Schau dich das an, Digga! Digga, das kann mir doch keiner erzählen, Mann! Digga, der spielt den Ball blind rein und behält den Ball irgendwie... Der spielt blind, Digga! Der spielt auf Zeit blind, Mann! Bläden, Alter! Weil dein Hurensohn ist, Alter! Digga, Mann! Ich krieg den scheiß Ball nicht! Ich bin 300 Mal dran, Alter! Ja, jetzt ist Game Over. Digga, dieses Spiel ist doch ein Hurensohn! Dieses Spiel ist doch ein Hurensohn! Oh mein Gott, lass mich irgendwas kaputt machen, Alter! Digga, ich schwöre, so ein Drecksspiel, so ein dreckiges Scheißspiel, Alter! Der schießt fünf Tore, der hat keine Chance gegen mich, Alter! Wenn dieses Spiel einigermaßen normal wäre! Vielversprechender Freistoß! Da aus enormer Entfernung! Keine echte Torgefahr! Bitte Torwart! Was passiert hier, Clip? Wir haben einen Stadionspieler! Es ist Frankreich! ZTV! Es ist Zagadu zum dritten Mal! Zum dritten Mal, Alter! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott, er kämpft! Ey, Clip das mal! Ey, ehrlich, Clip das mal! Was ist das? Er kämpft über die Latze! Ey, das ist unglaublich! Er bleibt schon wieder am Ball! Das wird doch eh ein Tor! Bitte mach nen Clip! Das ist so ein Betrug! Hört sowas von weinen, ne? Und guck mal, wenn die Gegner Teampressinger machen, so die Kombi gestärte, guck mal wie meine stehen! Guck das doch mal an! Wenn meine Gegner Teampressinger machen, ich hab gar keine Chance, dem Ball irgendwas zu machen, ne? Ich hab gar keine Chance, irgendwas zu machen, ne? Aber wenn ich Teampressinger mache, es passiert einfach allen gar nichts! Passiert einfach allen gar nichts, so! Fängt auch schon an! Wild! Oh mein Gott! Komm, gib jetzt mal was! Ein Stadionspieler! Ah, ist wieder Gold! Frankreich! ZIV! Ey! Ey, willst du mich verarschen, Alter? Schon wieder! Ey, schon wieder Saga du! Zum vierte Mal! Willst du mich verarschen, oder was? Ja, ich dachte auch! Ja, ich dachte auch, Alter! Dann ist der Lieblingspiel! Und werden dann wieder beide Elfenkrisis lieb! Scheiß auf Sympathie, auch wenn man die Fans nur lüft! Ist doch sch** egal... Wichtig! Ich bin ein Stadion. Weg damit, Digo! Weg! AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ES KANNICH SEIN! Brauchst du das jetzt aufzählen? Er hopp Volley einfach! Ich wollte einfach sagen... EGAL! Einfach Volley! Voll mittig eigentlich Ich hab erst Cristiano Ronaldo gelesen und es ist einfach ca7 das zweite mal dieses das ist ja ich kann nicht mehr Boah auf dem Drop war das Tor Gut durchgesetzt gefährlich Der muss da drin sein Müssen sie auch schnell das 3 einfach legen dann ist das Ding ja eh gegessen Bei mir barkts Bei mir barkts Bei mir rennt Bernhard einfach nur Hä? Und Munir steht da auch noch da vorne Und Marquinhos Hä? Hä? Ja? Hä? 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 Waves Pass Waves Pass hat zugeschlagen Einmal aus dem nix den machen ne Einmal aus dem Wir haben den 120 Minuten lang nicht gemacht Einmal Bratz Hä? 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 geht Das ist echt zu viel Digga that's echt zu viel Digga das ist so peinlich Digga das so peinlich Das ist so peinlich Ich würde mich so freuen, bitte geh, 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 geh! Ja, yes, yes, yes! Ja, Lewa, Dowski! Ich liebe dich, Mann, yes! Lewa, Kurva, Matsch! Ja! Ja, Lewa! Ja! Auf einem guten Weg zur E-Dite, Junge. Ehrlich. Nein, ich bin ein falscher Account rein. Ah, Hilfe! Nein, was mach ich? Stopp! Ah! Ich kann nicht steuern, ich kann nicht steuern. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter! Wie lost muss man sein? Ich dachte, entweder DC oder Gegentor oder beides am besten. Kein Schild. Ja! Oh mein Gott, FIFA Deutschland! Wer ist perfekt Dembélé? Ich will zu Dembélé spielen und dann kurzes Eck Tor. Neunzigste Minute, bzw. 89. Kurze Eck, auf einmal Werner läuft dazwischen. Timo Werner, Timo Werner Block Ball weg. Ja. Bitte die Kiste gestern gegeben. Ja. Bitte die Kiste gestern gegeben. Wie fühlst du das? Wie fühlst du das? Wie fühlst du das? Wie fühlst du das? Ich denke, mein Playstyle ist wie... ... ... ... Das war's für heute.